Hallo Leute, heute habe ich einen Interchange-Raid für euch, war ich mit dem G28 unterwegs auf meinem Main-Account und habe eine Daily gemacht. Ich musste Skefs-Headshotten, aber das war gar nicht so wichtig. Gab ordentlich PvP, Killer war auch am Start, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mir ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video und jetzt viel Spaß. Musst ausprobieren. So. Schon lange keine DM mehr so gespielt. El Winter, moin, danke für den Prime im Zehnten, willkommen zu Genowo-Falle. Danke, dass du den Prime mal melest, wie geht's, servus. Na ja, dann halt keine sieben Monate. Und jetzt? Kanalpunkte für Glückskekse. Heißt, ich, äh, es löst jemand ein und dann löse ich, äh, dann lese ich so Glückskekse vor, oder was? Nee, nicht, dass hier irgendwo der Big Boss hockt. Okay. Da wäre ich noch dick, ja, auf jeden Fall. Ich mache den Glückskekse auf. Ja, das ist aber, keine Ahnung, einmal pro Stream, hier schwirren so viele Punkte rum. Man braucht eine Kanalbelohnung, die halt, die man öfters einlösen kann, ne? Die halt nicht so, irgendwie was extrem, extrem exklusives ist. Das ist die Sache. Hier schauen ja immer mehr Leute zu und dann, ähm, brauchst du halt irgendwas, was alle einlösen können. Ich glaube, das ist in der Tiefgarage. 100k Punkte, ich sing euch ein Lied, auf keinen Fall. Hey Chris, servus. Okay. Ist auf jeden Fall tot. Nein, wird jetzt nicht gleich lupen gehen. 100k auf jeden Dual Raid, auf keinen Fall. Das wird es eh nicht geben. Ich spiele immer Solo. Wenn ich das für bloß 100k mache, dann mache ich nichts anderes mehr. Lass mich erstmal da unten hocken. Schauen wir, was hier drüben los ist. Hey Leute, ich mache keine Viewer Rates. Auch wenn er, auch wenn er jetzt noch 3-bar fragt. Dann sagt Zwiebeln, welcome back. Das Gäste brauche ich. Geländer des Grauens. Stand over. Mach's gut. Hey. Das mit Waffenwunsch, Mapwunsch, das hat man schon dauernd. Waffenwunsch, dauernd Toss. Mapwunsch, dauernd Labs. Auf gar keinen Fall. Oh. The real Alpha-Chart, vielen Dank für den Follow bekommen. Äh. Ich bin mir ziemlich sicher, das war Killer. Okay. Ich überleg mir was. Brauchen wir jetzt die, die ganzen Vorschläge, die kommen. Sind halt alles so die Standard-Dinger. Die kommen immer. Der ist nicht hier oben. Der ist nicht hier oben. Das ist auch schon, oder? Ziemlich sicher. Scherz brauche ich, aber... Ey, das ist immer so schwierig zu sagen, ob die jetzt oben oder unten waren. Ja, das ist auf jeden Fall hier unten. Das war ich, Servus. Kommentar-Raid. Machen wir den nächsten, ne? Ich spiele Tiger von Anfang an. Machen wir doch schon auf den zweiten Account. Hey, Tiger-Beiz, haus, alter Knochen. Du hast den Timing, Mann. Ich spiele den Timing, Mann. Wo hat er geschossen? Wo hat er geschossen? Kein Step. Wir können halt auch da hinten auftauchen, ne? Muss ich aufpassen. Der ist unten. Und Killer ist immer noch da. Oh, das gäst du hier. Das Werk reicht dann auch wieder, ne? Weißt, du nervst gern rum. Hey, Hendrik. Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht. Ei, 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 ei. Danke, Helm. Es waren halt alles K2. THW Grundausbildung, na dann. Viel Spaß. Auf jeden Fall hier. Ich habe auf jeden Fall zusammengehört. Also ich habe jetzt schon zwei erschossen. Meine Rüstung ist halt jetzt voll im Arsch. Deswegen immer Helm, ja? Helm, wir retten Leben. Ähm, wo sind wir denn? Ah, es gäbe es mit Headshot, okay. Hier war erst einer. Ich muss dran denken, Headshot zu geben. Der Typ da drüben nervt mich. Eigentlich will ich auch Killer töten. Helm, Viscara. Er ist auf jeden Fall noch da. Gut, dass der kein 8551 geladen hat. 8556. Hey, Frontschnitzel, servus. Heißt, ich muss jetzt hier runter. Dann in Ardig. Starter Killer töten. Äh, Killer töten. Dann gehen wir raus. Am besten Killer so töten, dass ich seine Rüstung anziehen kann. Wäre für ein Vorteil. Kein Live-Servus. Da ist noch, wir looten uns hier nicht. Ich habe unten nichts gehört. Auf geht's. No. No. Hey. Okay, jetzt schauen wir mal Er ist auf jeden Fall hier Könnte hier drin stehen, hier Ist auf jeden Fall hier, wo ist er? Hockt der in der Öcke oder was? Weggelaufen ist er glaube ich nicht Shit, wo ist der? Er ist auf jeden Fall weggelaufen Scheiße Ich hätte ihn hier voll gehabt mit der Nate Was ist der unten? Nee Dass die Kugeln so an einem vorbeizischen Das müsste sie auch mal fixen Richtig nervig Das ist er Was? Okay Ah, der ist tot Der erste hat aber auch mal mit Headshots sterben können Er ist aus M1A oder SR25 Nehmen sich alle nicht viel Letzten Endes ist die SR Die beste von den Stats her Steht hier kommt noch einer von hinten Da steht er Wer sich auch nicht bewegt, wie er denkt, ich habe ihn nicht gesehen Die 28 ist halt auch teuer Verhältnismäßig Die 20 ist halt auch nicht so weit gohend Und wir gehen eine von den Stats-Aus-Deutschen her Er macht den Stats-Aus-Deutschen her Er macht den Stats-Aus-Deutschen her Er macht den Stats-Aus-Deutschen her Hier hat sich was gedreht. Weiß nicht, ob das unten oder oben ist. Keine Ahnung, reich ist irgendwo. Irgendwo ist der Killer. Ist er das? Nee. Ich brauche eine Nate, ey. Ich glaube, ich muss von hinten mal eine Nate von denen holen. Oder ist der oben? Okay, hier hockt jetzt noch einer. Der hat eine KS23, glaube ich. Yo. Alter. Komm, gib mir Nates. Meine Stimme hat sich kurz verabschiedet. Absicht. Absicht für Content. Scheiße, kommt einer oben. Hier ist aber auch Blut. Boah, ich hasse das, ne? Ich habe keine Ahnung, wo die Leute sind. Ich will eigentlich Killer töten. Komm schon, ich brauche. Ich brauche, ich brauche Nates. Geh, geh. Ich weiß nicht, ob das oben oder unten ist. Ich glaube, es ist oben. Der hier vielleicht nicht. Man, hier ist ein Scaf, okay. Der Sound ist einerseits, wenn man wissen will, ob überhaupt jemand da ist, gut. Aber um zu bestimmen, wo er ist, scheiße. Ich weiß nicht mal, ob Killer bei mir auf dem Stockwerk überhaupt ist oder ob er oben ist. Ganz schwer zu sagen. Ich weiß nicht. 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 Da liegt er. Hey Leo. Servus, Lea. Das muss ein Scaf, okay. Oh, was zu trinken, bitte. Jawohl. Na, Amy, wie geht's? Faszinierende Beschreibung. Faszinierende Beschreibung. Ich habe immer noch keine Nade, um festzustellen, wo er ist. Er müsste hier irgendwo sein. Er müsste hier irgendwo sein. Und hier waren auch Leute. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Er kommt doch nicht raus. Let's go. Let's go. Arlon, danke schön für den Gegiften. Let's go. Jetzt eine Nade, ne? Danke für den Support. Und den ersten überhaupt, weiß ich sehr zu schätzen. Danke dafür. Danke. Er hat es mir einfach gemacht. Killer ist da, ja. Dankeschön für den Gegifteten. Killer müsste irgendwo hier sein. Wahrscheinlich auch wieder der Scaf-Player, der sich hier gerade bedient hat, oder? Ah, ne, doch nicht. Oh, nice. Moment. Jawohl, vielen Dank für den Support bekommen. Boint Ghostman Gaming. Boint Ghostman Gaming. Ja, erst mal, erst mal umziehen. Hey Wolf, servus. Ich bin auf dem Damenklo. Ah, in der Apokalypse. Alles nicht mehr so genau. Alles gut. Wieso denn Killer? Das Ding jampt auch noch. Alter. Willst du mich verarschen? Wo kommt denn der her? Hey Horrorshow. Ohne Scheiß, Mann. Auf einmal steht Killer vor der Tür. Ein Sack Zwiebeln und Dankeschön für die zwei Gegifteten und die ersten überhaupt. Danke für den Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Moment. Alter. Der macht mich fertig, Mann. Ich wollte ihn, jetzt habe ich ihn. Ja, das ist richtig. Der macht mir Angst. Ich habe keine Ahnung. Da seht ihr euch ihn von hinten irgendwie erwischt. Oh oh. Alter Schwede. Killer macht mich fertig. Special Agent, Dankeschön für die fünf Gegiften. Dankeschön fürs Auslösen vom Hype Train, Leute. Danke für den Mega Support. Killer richtig lost. Gott sei Dank. Leute, Dankeschön für die Gegiften. Weiß ich sehr zu schätzen. Und Marlon, danke für noch einen obendrauf. Zwei Gegiftete insgesamt. Und Special Agent. Dezente 330 an der Stelle. Holy shit, Leute. Kann ich ein bisschen Ding, Ding, Ding und Hype sehen? Danke für den Level 3 Hype Train. Moins Garface. Ey. Horrorshow. Es war eine echte Horrorshow gerade da auf der Toilette. Was soll ich sagen? Ich habe ihn, Gott sei Dank. Save my gear, save my gear. Oh mein Gott, save my gear. Mann, 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 Mann. Ey, General Wehrwolf, servus. Machen wir es mal so. Scheiß drauf. Der Killer konnte es nicht mehr halten, ne? Wollte mir auf der Damen-Toilette irgendwie Gesellschaft leisten. Aber er ist tot. Jetzt schauen wir mal, was der andere Skeff da macht. Wo schreist du rum? Ey, die Mami, fertig, die Geräusche hier. What the fuck? Marlon, danke schön für die 2 Euro noch obendrauf. Danke für den Support. Beste Art des Supports bleibt am meisten hängen. Danke für die Dono. Hype Train hin oder her. Huxhoff, vielen Dank für das Follow bekommen. Aber wir looten jetzt erstmal Killer. Irgendwie ist hier gerade unten noch einer gerannt oder so. Ich weiß es nicht. So, Moment. Gut, dass wir hier gerade gesaved haben. Ah, save einfach neben Killer. Scheiß doch. Muss eh bloß 10 Minuten halten. Ähm. Tja, so ist es. Umso älter man wird, Scarface, umso mehr kommt man zu der Überzeugung. Oder wird darin bestätigt, dass die Menschheit ziemlich verblödet ist. Von daher, mach dir nichts draus. Kannst nichts dran ändern. So. Von Barrex. Hex in ons. Hilf uns. Ey. 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 Ein Getrappel da unten, ne? Ich will euch bloß noch den einen oder anderen Scaffhead shotten. Na gut, wir gehen jetzt raus. Wir scheiß drauf. Da unten ist er. Da. Passt. So, habe ich den hier eigentlich schon gelootet? Ja, ne? Hat er, hat er. Leute, übrigens danke für den Hypertrain, der hier gerade so nebenbei läuft. Geht etwas unter. Danke für den Support. So, der Spieler. Den hat wahrscheinlich Killer umgeholzt. Ganz schön was los hier auf Interchange. So. Dankeschön für den Hypertrain, insbesondere hier, ähm, wer war Special Agent für die fünf Gegifteten. Danke für den Support. Die Lieblingsknifft, der. Ich brauche zu essen. Shit. Okay, raus hier. Wir regenerieren noch. Passt. Sechs Minuten nur noch. What the fuck? Ah, ich könnte oben aufmachen, ne? Moment. War auch anders. Ich könnte den Safe Room aufmachen. Ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute ich gekillt habe, die Runde. Aber war auf jeden Fall ganz okay bis jetzt. Äh, nee, musste nicht gast. Hey, Apfel, schau, lass dir aus. Er ist ja zwölf essen und trinken. Ah, das Quest auch fertig. Passt. Hey, Commander. Aber Interchange, ne? Wenn der Nachtbred war voll, der war jetzt auch voll. Inklusive Toilettenkiller. Erinnerblähen. Das Übliche geht. Jawohl. Was liegt hier? Hä? Hier leuchtet ein Punkt und ich weiß nicht, warum. Soll mir egal sein. Den können wir mitnehmen. Haben wir hier irgendwas Gutes? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Irgendwas muss hier liegen, glaube ich. Na gut, egal. Komm, raus hier. Reicht. So, Leute. Macht mal Hallo YouTube im Chat. War doch eine unterhaltsame Runde. Jetzt schauen wir, wie viele Kills das waren. Verewigt euch mal. Stabile Runde würde ich auch sagen. Hey Benson, servus. 14.700 XP. Eins, zwei, drei, vier Kills. Und Killer. Und die Quest fertig. Wunderschön. So stellt man sich das vor. Wirsliten. Wirslation. Wirsl вот die Vanderung. Wirslung. – Sprenger. Vielen Dank.